So, da sind wir auch wieder warten immer noch auf dem Helikopter wie bei der letzten Folge Ja, hier gibt es so einen TS, ne? Aber wir sitzen da nicht, nur zu eurer Info Auch zur kleinen Info mal so nebenbei ich werde keine Leute in Orangen annehmen Weil ich glaube, dann bin ich morgens am klicken also mit Freunden oder so DV-Helikopter Nein, drüber weg! Verdamm' mich nochmal! Lass' wir erstmal das anti-r können wir noch hin Oh, da kommt ein Jet Eins Ja geh, hör mir Mann, das kann doch nicht sein, oder? Ey, das ist echt schwer mit der TV Genau Und 2D Och, da kommst du doch niemals hin Was? Was? Das ist Feuer, ne, ne? Das tut es zuvor Das tut es zuvor Unter uns machen wir mit einem G Unter uns machen wir mit einem G Hab ihn! Alter, 10% live! Boah Boah So, ich glaube, das sieht auch schon ein bisschen lustiger aus diesmal Bisschen mehr Action Jet von vorne Jet Ausgestiegen Ah, nicht drehen Ah, und tschüss Jawoll Jawoll! Ne, nicht... Was ist denn das? Mann, ich bin zu blöd Das Dinger Ey, ich, 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 ich mach gleich Flares rein, weil die Eater bringen überhaupt nix mehr! Ja, dann mach Flares rein Aaaaah Ich leere, es braucht wieder eine nächste Sekunde länger zum Nachladen Doch alles offen kacke, echt Ja, wenn die da ständig dran rumspielen Quante Team, steht hier in der Base rum? Ja, werden keine Punkte eingenommen, ne? Ja, die machen nichts, die stehen hier einfach nur rum Und es schauen hier keine Panzer und nichts Doch, jetzt Na jetzt und jetzt weg Ja, weil alle Feinde wahrscheinlich die ganzen Panzer haben Ja Stehe auch und warte rum und weil nichts passiert Das kommt, weil ich mit der TV-Rakete nichts treffe Du, wenn... Wenn du mit der... Wenn du, äh, hier mit der Lenk-Rakete spiel willst, kannst du das auch machen Ich könnte ja Laserpainter reinmachen und dann kannst du, äh, Luftziele markieren Gesehen Ah, einfach so weitermachen Ich muss das lernen, fertig Arschlecken Oh, Chat Komm her Komm Okay So halten So halten Ah, nicht getroffen Warum? Warum? Ja, wir machen außen, aber ich stop für die kurze Zeit Ja, jetzt hören wir die Vibe So und da sind wir zurück Na, kommst du jetzt zurück? Okay, jetzt gehen wir erstmal für den Chatter TV-Panzer? Ja Ja Aufs Anti-Er hinten Wieder nicht getroffen Ich will am besten immer ein bisschen unterhalb Ich hab jetzt drüber gezielt und hab dann zum Schluss runtergerissen Einfach immer gerade sein und immer ein bisschen drunter ziehen Das ist das Beste Jawoll Ist vorne Watch it Leg mich doch Ja überall Heelys und Dinges Ich weiß nicht wie du übelst am Base-Rappen sind, echt Steig aus Nein Nein Heely ist jetzt schon da gewesen Das war der Truppenhelipopter Na der ist gleich abgestürzt Ja weil wir jetzt abgestürzt sind, hat er dann abstürzen lassen Einfach nur ein Idiot der nicht fliegen kann Oder das Ach steh neben der Base rum, ich versteh es nicht Wir haben gerade das Einsatzziel neutralisiert Ah Ich bin mies Ne Ha 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 Bis morgen jetzt Ich habe heute auch irgendwie schlecht Rein mit dir Rein mit dir Ja bin ich da Tief auf den Panzer Ja getroffen Ich habe ihn getroffen auf jeden Fall Na ja ja Auch mit meinem G-Druck Die haben repariert den jetzt Ist down Oh Helikopter Ja Oh Jet Oh ein Jet habe ich gut erwischt Oh ein Jet habe ich gut erwischt Yo Heely is down Jetzt leck mich doch am Arsch Alter was ist das denn jetzt schon wieder Jetzt kommt schon der nächste oder was Die kack Jets von unserem Titel ist ja nicht perfekt hier den anderen nachzuloggen Da kommt er Na ist down Einfach runter gehen Kannst du das die äh das Soflam da hinten das markierte Abschieße mit der TV Da nehmen wir den Panzer nehmen wir den Panzer Getroffen Getroffen Nein No more TV Jetzt Oh, Scheiße, da war der Panzerbecker, da war ich gerade ganz irritiert. Wo ist er hin, habe ich gedacht. Ich bin mir draufholt. Anzieher. Heli. Nicht getroffen, Mann, ich ziele jetzt niedrig. Heli. Jo, haben wir. Jo, keine. Beine Kills habe ich gekriegt. Du auch? Ja, zwei Stück. Ich glaube, drei Mikro. Also mit dem Ding jetzt Thermal ist viel besser, mit Trifffplänen viel besser, finde ich. Ja, eben. Du kannst vergessen. Mili links. Jet von vorne. Auch von hinter. Komme nicht ran. Ausgestiegen. Are you mad? Boah, ist so serious. Und so bei D. Achtung, das Einsatzziel ohne Neutralziel. Wiederholt, das Einsatzziel ohne Neutralziel. Noch ein Moment. Hab ihn. Volltreiber, zwei Kills. Anzieher bei B. Ja, ein Augenblick, ich muss erst nachladen. Gut, dann machen wir den Panzer, der da unten steht. Ja. Hab ihn. Kommt, fähig. Haut drauf. Ja, all down. Ja, Leute. Es würde sagen, es klappt jetzt ein wenig besser. 7-1 und 6-1 ist schon. Ich weiß, wir sind nicht die Pros, aber es ist nicht schlecht, würde ich wohl mal sagen. Von zwei B. Ja, TV-Rakete ist raus. Und ich habe ihn. Geh drauf, halten. Ich werde... Wenn drauf bleibt, dann schießen sie uns ab, weil das ist das Problem. Ja. Heli. Und Jet. MG, MG, MG. Meine Friss. Das ist das Problem, das Ziel wurde neutralisiert. Weil man ja weit weg ist, triffst du mit MG nicht. Doe ich es jetzt tun? Me. Weiter Jets von innen. Ja, ab. Nee. Jetzt sind sie hinten dran. Panzer, nein, ab da unten. Ja, hab ihn. Hab ihn. Zwei Kills. Waaah, es geht ab hier. Oder es ist ein Antio. Die V-Rakete ist wieder voll geladen. Ja. Okay, dann drehen wir mal um. Bei dem Panzer da unten. Hab ihn. Ja, waaas, dein Ziel ist jetzt zu zweit. Oh, komm, ich zie mich mal zurück kurz. Ja. Kannst du dir das Zofan dahin kaputt machen? Ich bin zu rechts aufgekommen. Ja, da steht einer mit einer Stinger direkt bei dem ersten Stein. Ja, okay. Aber jetzt sollte ich gerade das bohren. Ganz kurz, äh, Aufnahme, stopp.